Ja, Mahlzeit! Heute gibt's wieder ein aufregendes Experiment im Freiluftlabor von Professor Geibel-Götkowski. Ich hab ja hier den direkten Einblick ins Freiluftlabor. Da haben sie so eine alte Flimmerkiste aufgebaut. Der Professor plant heute nämlich eine komplizierte Rhetorikanalyse. Er soll Reden der Altkanzlerin sezieren und deren Mixtur herausfinden. Oh, oh! Ja, sehen Sie mal, wie sich der Professor konzentriert. Oh, ich glaub, jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, durch enge Zusammenarbeit mit unseren Katern und Freunden. Mutti, 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 Mutti. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. An die Arbeit, an die Arbeit. Merkels Versagen, Streit um die deutsche Russlandpolitik, Putins Aggressivität in Berlin unterschätzt. Schröders Werk und Merkels Beitrag. Langsam fällt der Groschen, was Angela Merkel hinterlassen hat. Warnungen vor Putins Regime wurden überhört. Fehler im Umgang mit Putin, haben historisch versagt. Ex-Kanzlerin, mache mir keine Vorwürfe. Merkel hat eklatante Fehler gemacht. Altkanzlerin bereut nichts. Vielleicht noch eine Prise Blabla zum Abschmecken, Herr Professor. Achso, Häkelsen, das ist wunderbar. Sie hat sich fast vergessen. Blabla, Pulver. Und multilaterale Instrumente sind. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Deutschland ist zwar drittens, also erstens, der Anteil bleibt fest und zweitens werden die Verträge nicht gebrochen. Zur Bewältigung der akuten Krise. Deshalb sage ich, und eine glückliche Hand und viel Erfolg. Ich bin überzeugt. Heute am Tage habe ich mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, wir stehen in der Schuld, die so viel gewartet haben. Jetzt, wenige Stunden später, mit einem Satz, ernebe ich Ihnen eine Antwort auf eine Reporterfrage. Unter anderem, an dem der Fälle, bei der Fälle, die Bilder von der inneren, halbes Jahrhundert, die die Menschen in Europa wegzuzahlen. Es ist das nicht. Und deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Alternativlos, alternativlos. So, Dr. Schimpatzky, Essen ist fertig. Bitte sehr. Ein Löffelchen für Mutti. Und ein Löffelchen für Jens, den Versager Spahn. Und ein Löffelchen für Andy, den bescheuerten Mautminister. Ein Löffelchen für Uschi, die Bundeswehrlein. Das reicht, sonst wird ihr nachher schlecht. Aber früher hat es doch auch immer geschmeckt. 16 Jahre derselbe Fraß. 16 Jahre lang derselbe Fraß. Alternativlos. Olaf, 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 Führung, Führung, Olaf, Olaf, Führung. O, O, O.